Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram. Ja und heute spiele ich zusammen mit dem Gian und der Alexa eine Runde Flex Queue. Und da habe ich mich für Wukong auf der Toplane entschieden. Und ich will mal sehen wie das gegen den Malfight so funktioniert. Wird bestimmt nicht so leicht, aber ich werde mein Bestes geben und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich werde es probieren. Level 2 ordentlich Druck machen. Genau, weil da hast du noch deinen Ignite Adventure. Und danach kannst du auf die Mitte gehen und dann halt erstmal ein bisschen farmen und dann später. Ja. Weißt du was ich meine? Und der wird halt Rüstung kaufen und ich werde dann trotzdem noch gegen ihn gut fighten können. Probieren wir was. Können wir mal. Also so kann man halt das Gold hinein. Ja. Ich habe 1000 Gold für Rüstung aus und dann steht ein Appeler vor der Nase. Oh guck, was bei mir dann läuft. Oh guck, was bei mir dann geht's. 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 Ja. Ja. Wobei mein Name war auch immer ganz gut. Aber irgendwie wenn der ID-Carry da nicht mitmacht, kann man nicht viel machen. Naja, das ist normal als Support ne. Wenn der ID-Carry nicht mitmacht, dann bist du auch aufgeschmissen. Ja, der hat so was wie Jendr und Nami und sowas. das kannst du ja wenigstens noch damit machen dann das stimmt und nein ok ich höre schon wie so ein scheiß warwick zeug freut man sich auch immer wenn man das hört kriegt man doch gleich immer so ein bisschen panik ja denn 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 so alte horrorfilm musik ich war jetzt mit uns richtung bauten direkt mhm ja genau schon wieder dieser scheiß was denn der war weg ist ja das geräusch ewig ist ja ich weiß nervt aber ja 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 Ich glaube mit Vor-Level 6 den Killen wird nicht so. Okay. Du hast es heraufbespornen mit dem ADC. Du hast es heraufbespornen mit dem ADC. Das darf doch nicht wahr sein. 4-0 für die Gegners. 4-0 für die Gegners. 3-0 für die Gegner. 4-0 für die Gegner. geht auch man nicht zu sorgen man dieser tilt kitties wozu spiel das spiel dann ja war nur weil an 0 2 steht man ein vorweg hier kann man auch und auch ein pushen ich gehe noch mal botlein runter obwohl tor ist weg da ist kommt mitte dann gehen wir mal ich folge ja und markiert er mal mich der arsch mindest nähe ich hatte volles Leben ja all dann alle im Umkreis wenn es nicht drückt wenn er die drückt alle einen ganz großen Kreis werden markiert hoch acht Sekunden auch ich muss ihn doch mal spielen passiv ist es immer beim HP Pool und aktiv halt irgendwie zwei Minuten Coulon oder für alle im Umkreis das ist so schlecht das ist ja mal Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich finde mich der Tänzer. Ich habe ein Double Kill mit einer Ego holt. Das sah geil aus. Schade, ich habe keinen Kill bekommen, wenn Sonja es kaufen kann. Du, da konnte ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ne, ich weiß, ich bin auch voll klar rausgekommen. Schade, dass nicht einer von denen mit der Passage geplatzt ist, dass das mein Kill war. Aber Warwick ist slow rausgekommen, Elf halt auch. Im Set bin ich so weggerannt, der hat da geholtet und ich hatte gar nichts mehr ab. Die Vayne ist auch so knapp weg. Ich bin ja reingeflasht, ne? Wenn ein 4-Mann mit der ulti. Was ist das überhaupt überlebt? 3-Mann-Wetter. Okay. Ich warte noch 30 Gold, ja? Ich ziehe mal meine Potts durch, ich habe nämlich gleich Ult. Er macht einen Drake. Da Mayfight toplane ist, will da nicht mal irgendwer hintenmoven noch. Jawohl, der musste raus. Hätten die nichts weiter von früher laufen können. Ja. Ich habe einen Exhaust auf dem Feuer. Ich kann jetzt toplane gehen, wenn ich respawne. Jo. Er wird den Tower vielleicht aber kriegen, wenn ich respawne erst spät. Rami räumt auf. Ja, ich musste Sonya's rushen und hatte noch nicht so viele Items. So hat er gedrefft. Hoffen wir auch. Ja. So muss das. Gut, ich bewege mich mal drunter zum Drake wieder. Mhm. In MF hätte es gegangen, wa? Ne, ich glaube der kommt da ein bisschen. Ja, kann sein. Hat er vorhin auch gemacht. Und passt auf. Die Ult kennt man ja. Da platzt man mal ganz schnell. Okay. Syrah und Zett sind Mitte. Ich geh facechecken. Die beiden Zetts. Okay, Warwick ist sie dann hier bei uns. Okay, sie ist sehr weiter. Ja. Guck das. Äh, hier, die anderen kommen auch hoch. Hm, die wollen den Tower. Ja. Scheiß, Syrah pflanzen, ey. Johnny hat das bei aufgesprochen mit diesem ADC. Fuck you! Hahaha! Oh Gott, ich glaube ich bin Space. Wie mit Seph ist da? Aber was machen unsere Leute eigentlich so? Ja. Und ich habe 2? Ja ich bin Space. so will ich fest sein aber ich habe ein Mann vorweg und mal wird den Rauf er hat noch glaube ich und ich kann es Romo Scheiße zu holen A Könnte ich jetzt mal gar nichts gegen machen gegen dieses Drecksding. Den wollte ich mir jetzt noch so schön gönnen, den Set. Wer stellt mein Können die Frage? Oh loil. Rotfahre sehr mit. Ich sterbe, ich beschnebe jetzt nicht. Oh, hast du ja eigentlich genug Wischen. Also drei sind mindestens Meter. Top ist, glaube ich, keiner. Soweit ich sehen kann. Ja, Meter. Dann komme ich mir auch vorbei. Ich auch. Kann man auch haben. Wir können vielleicht aufräumen. Aber keine Ult. Ist aber bald ready, oder? 20 Sekunden oder so? Mhm, 20. Kann ich gut schätzen. Sehr gut. Ich wusste da, ey. Da würde ich auch gerne Z-Gate-Bottle einen runter. Ja, wegen dem Farm. Mhm. Okay, ich glaube, die wollen es wissen, oder? Mhm. Haha. Ich bin mir jetzt auch rum. Aber voll. Okay, machen wir mal einen kleinen Go, wa? Oh, nein. Da habe ich mich aber mal hardcore geopfert. Hat nicht gereicht. Loi. Z-Gate-Bottle. Loi. Diese Range von Zyra ist echt broken im Moment. Ja, und der Schaden auch. Ja, der Schaden schon, aber dann sollte wenigstens Range fehlen, oder umgekehrt, ne? Und nicht beides. Mhm. Schaden wir mal einen Sweeper. Auch. Weil die sehr viel Unwischen spielen auch. Guck dir den scheiß Image an, Alter. Ich gehe mal Top-Langy-Vafer-Poin, ja? Und ein bisschen Farm noch. Jop. Ich habe dem nicht Herod gemacht. Ja, haha. Ja, warum habe ich gewagt? Stop! 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 Ziemlich viel Mist hier Robic kommt Wo? Ne, der hat seine W aktiviert wieder Achso Keiner Low von uns Wer will engagen heißt das Wer will Der will richtig Rambazamba machen Versteck mich hier Die kommen Hm, ich komme auch wieder zu euch Okay, aber jetzt wollen sie es wissen Hm, ich habe mich schon mal gedamaged Ja Das hat geknallt Ey, stirb Verdammt Verdammt Millions Wenn wir den haben, kann ich mein Bild ändern Okay Brauch ich kein Manarek kaufen, keinen Nudens Ich kriege ja keinen Bluber von der Seju Hier ist der 2 jetzt ab, aber ich nehme den hier nicht, sonst zählt ihn wieder bis zum Mond Ja Hast du wohl leider recht Nicht, wenn ich Ryleys schon kaufe Ich versuche Topline nochmal rein zu pushen Wenn nun Zyra bei der Bot Wenn nun Zyra bei der Bot Kommt ihr da noch ein bisschen klar Weiß es nicht Kann nämlich einen Tower holen Nein, das Minion Jetzt fängt er an zu latschen Unser Djinn Äh, ich hasse solche Typen Erst die Buchse voll und dann große Fresse Normal Ich werk mir rein ist fertig Abnischen Tower Nein Rami, der Tower Destroyer. Oh, was ist denn Red? Nehme ich mir von ihr, glaube ich. Nehme einfach scheiß drauf. Ich hab so einen erst benutzt, ich Idiot. F1 drücken, ne, der Genis so zurück. Okay, ich muss den Geben auf den Sack. Oh, die machen Baron. Oh, lol. Kann ich gar nichts machen. Schade. Was haben Sie da? Oh, mein Scherz auf den geht. Was habe ich denn mit mir? Oh, das ist ja nicht. Oh, 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 oh! das das ist komm ich auch nicht mehr hinterher ohne die reing kann ich nicht machen in ein paar sekunden da der kopf fällt die wird jetzt nicht hoch große nochmals push auf der top wenn ich da keiner drum kümmert ich gebe darunter da kommt z aber sein denke da kommt es gleich mit da sind so ich mach go er fett stimmt ohne ult ist daneben gegangen Es ist Rumgegröle da vom Warwick. Ey, ist ja echt geil. Ich gebottel Händen runter. Kommt ein böser Set mit Baron. Ja, aber kommt ihr entgegen? Ja, ich will nicht hinterher. Alles cool. Bin ganz relaxed. Okay. Die wissen auch, dass wir hier sind. Mein Typ ist noch ein Pulldown. Mit Thomas komplett. Da ist er. Wollen pflanzen. Machen Drake. Hm. Oh komm. Mann. Oh Leute. Scheiße! Nein! Zehn Schutze früh gesmighted! Dammit! Wayne drei Schuss und dann hat der Zett den Rest gemacht! So! Rest in Peace! Ja! So viel Damage an mir! Der Zett ist auch irgendwie fett! Ich weiß gar nicht! Das ist eigentlich mega bad! Wer kriegt die Killzeit? Ja! Von mir hat er nicht halt zu viel! Ich bin nur... Oh doch! Mittlerweile auch fünfmal gestorben! Ich auch, aber ich habe 18 Killbiz per Legung! Also... ...ein Prozent oder so? Ne, ich gehe halt auch mal rein und tanke, ne? Aber Seju engaged ja irgendwie nicht! Der Zett ist halt immer zu low, bevor es überhaupt losgeht! Und das nur von selber! Ne, ich gebe nichts! Ich kaufe nur Zett! Vorweg am Red! Vorweg am Red! Hinter dir! Alter! Alter, Vater! Oh leu! Wie viele Minions sind denn das? Wenn ich da eben reingerannt wäre, hätten mich die gekillt! Ja! Zwei Cannon Spy! Echt? Ich dachte, was ist denn hier los? Ist eigentlich mein Leandris fertig! Komm! Woidstoff! Woidstoff! Mhm, ein Woidstoff! Für die maximale Penetration! Mhm! 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 Oh neis! Ohi, raus! Jetzt brauche ich noch ein bisschen Rückenleckung! Und die habe ich! Die hier ist ganzen kaputt! Ich bin schon raus! Oh neis! Jo! Das ist gut! Sagst du, er kann auch mal einen guten Call machen! Oh oh! Nee! Nee! Der ist tot! Der hoch! Da kommt noch einer! Vorsicht! Boah, Dick! Ich geh die Mitte pushen jetzt! Nee! Set noch mal von hinten! Denkste, ihr Burschi! Tschüss! Bim blim blim! Dass ich den Red Buff von dem Idioten hab! Nee! Da brauchst du gar nicht zu bimmeln! Na Alexa? Ja! Cool, dass ich mich bewegen darf! Der Cyber Damage! Wann macht ihr denn da? Der Cyber macht uns alle! Ja, seh ich! Deswegen frag ich ja! Ja, weil die einfach utopische Damage-Kontakt hat! Die hat das ganze Team geclieft! Das ist halt doch der Baron-Debuff, ne? Der senkt die DMR! Na gut, eine Combo von ihr! 1000 Damage! Bei mir auch! 1300 bis 400 habe ich abgekriegt! Wie viele Sekunden? Äh, 12! Ah ja, okay! Der Baron hat mich nebenbei auch gejunked! Der Baron hat auch 400 damit gemacht! 800 bei mir! Ne, ich brauch noch Gold! Was? Okay, ich kauf mal ein bisschen was Außergewöhnliches! Gleich! Ein bisschen was Außergewöhnliches! Da bin ich ja gespannt! Locket? Vielleicht bringt's ja was! Hm, hab ich ja keine Items gesehen! Hm! That is Top-Lane! Elder Drake fight! Ich glaub ich geh den fighten! Wenn ich das schaffe... Easy Elder Drake! Wenn ich das nicht schaffe sind... Wenn wir weiter ankommen, komm noch mit! Ne! Der wird jetzt nämlich gleich geworden! So! Oder? Ne, der wird wahrscheinlich gleich Mitte kommen! Ja! Das ist Mitte! Und wir gehen auch! Jupp! Wir müssen das jetzt aufräumen! Wir müssen das jetzt aufräumen! Hat der Guardians Angel gehabt? Ja! Scheiße, der Köter ist auch noch da! Oh! Oh viel! Oh! Oh Gott! Ja! Im Da. Ostern! Nie. Nice, Rami. Merci. Wir brauchen Wards an beiden. Gehst du zum Barren? Ich geh zum Drag. Weil die glaub ich am Drag sind, wenn ich sie den mehr fight. Mhm, unterwegs. Ich bin auch unterwegs. Boah, haben den schon. Lol. Jetzt müssen wir groupen, aber ganz schnell. Sinn. Oh, Metal. Oh, let's mission Ruhe Zyra. Mhm. Rami kommt. Haben wir auch die komplette Kombot? Ja Junge, wir wissen nicht, dass wir den Tower machen müssen. Ne, das hab ich gepinkt. Jemand hat Baron gepinkt. Achso. So, jetzt ein Baron. Da bleibt ja keine Wards mehr. Hm, ich hab ein Pink-Ward und Sweep jetzt im Weg dahin. Sogar zwei Pink-Wards. Hier oben rum. Den nehm ich. Jo. Ich hab ihn nicht genommen. Wir hatten den jetzt. Tichu. Ich brauch den ja auch so krass. Wohin kommt. So, ich mein jetzt glaub ich kein Damage mehr. Ich brauch ein Zimmer für die. Ja, Vorsicht, die kommen jetzt auch. Warte. Oh. Kann ich eigentlich einkaufen? So, alle top. Ja. Ne, ich pack den dann hier. Ich hab nen Schutzengel. Ich hab nen Schutzengel. Boah, da unten hatte ich voll den Leck, als ich Towerdiven gegangen bin. Ich dachte, na verdammte Axt. Ich fühl mich so langsam. Rom ist schon fast da. Ich pushe aber nochmal Mitte. Wir brauchen nen Druck. Ich hab schon wieder Standbild. Neu. Das reicht's aber. Ich konnte gar nichts machen neben mir. Wenn und den ganz hier. Boah. Die haben mal nen schönen Wort weggemacht. Ich geh nochmal Mitte. Alter, die seht du Ult. Also. Da war Ult raus. Ist schon ein bisschen was wert. Wobei der Ginn, welch wieder stirbt an den Pflanzen. Ja, ich glaub der mag Salat. Boah. Iiiiih, scheiss Vegetarier. Ich hab noch keiner gedacht, dass Veggie out ist. Boah, die Pflanzen in der nerven so krass nach. Wren kommt wieder dahin. immer noch mehr dann muss ich jetzt raus oh nein das muss ich auch mal raus man haben wir die nass gemacht ich bin mir nicht sicher ich war mir nicht sicher alles gut hatte eh keine hohe cooldown von daher zwei minuten hat sonners kugel so ich brauch für rabatons noch 390 gold oh nein wenn er wild hat kriegt er mich ja ich kann mir nichts mehr kaufen schon seit zehn stunden frühbild 16 5 läuft ein bisschen war profi an mein wukong kannst dich langsam auch gewöhnen das passt sogar richtig gut mit brand zusammen finde ich so ähnlich wie du ich wollte gerade sagen ich habe mehr kills noch mehr ich bin mal zum red buff ok haben sie gewordert ich wollte gerade sagen lass den mir du torfkopf du hast einen dp habe ich denn jetzt mal 700 da gehe ich rein der busch gefällt mir ich kann gleich kommen dann cover ich dir den mit dem super wird auch zeit dass du kommst ja ich brauchte noch aber sonst für den nächsten feiern das wollte ich ohne den machen okay hier ist nichts dran der nächste der hier ankommt der wird recht gestand die werden wir gleich potlern durchbrechen denke ich komm seit traurig ja die haben jetzt ist nur das ja das war und stirbt jetzt raus da raus da noch nein alle weg alle weg oder ja jetzt müssen wir weg komplett top lane dürfen andere gleich da ach stimmt ich habe den ja gemütet ich komme mit top lane bei nein hilfe ich habe schutzengel hilfe Machen wir den Drake jetzt Boah, ich bin rausgekommen Alter Ich hab den Drake gemacht Naja, ich muss den Malfighter aufhalten Ah, okay Holt euch die Bang, bitte Jawohl Mist Wird der Seil was damit Eiskalt Einfach verreckt Hm Boah 35 Sekunden bis zu mir Geh erstmal ganz in der Base, Alexa Ja, ja, es war nämlich klar, dass der Geh dich hei Geh da Es war klar, dass der so hinterherkommt Samson, Free Baron Ja, leider Mann, die Saurer, Alter, Verdacht Ja, nicht mal Sonjas Geh mal auf die Ram, bitte Ich stirbt 100 pro Achso, achso, ich soll so auf sie gehen, ja Ja, weil die macht die meisten Damage in dem scheiß Teamfighter Wenn wir die töten Ist das eigentlich fast gewonnen Der Rest macht nicht so viel Vayne macht auch noch gut, aber die kriege ich auch noch nebenbei getötet Ich komm an die Saurer noch nicht ran, glaub ich Ja Ja, ich versuch's, aber für mich ist es auch schwer, da durchzukommen Ja Scheiße, haben sie sich schon einen Red Buff geholt, ey Und Blue Ja, ich begleite dich Ich bin kurz Space Ja, wir müssen jetzt eh abwarten, dass die kommen Da kommen sie Auf Alexa warten unbedingt Es stirbt, Wittchen Ich sag's dir wieder Nein, bitte sag sowas nicht immer Susette hat ein GA Ich nicht mehr Alter, der selber Damage Ist das so freaking ernst? Boah Ging nicht anders, musste ich so machen Cockset Damage Nee Oh leu Oh leu, alter Wie lange tickt denn diese Scheiße? Ey, wo rennt der denn rum? Habt ihr das gesehen? Ja, leider Die sind schon gleich wieder da, aber das reicht glaube ich nicht mehr Nee, das reicht nicht mehr Ich hab's Oh ne, nicht mehr Verdammte Axt Leider, leider verloren Ich hoffe auf jeden Fall, das Game hat euch dennoch ein wenig gefallen Und wenn ja, schaut mal wieder rein In diesem Sinne, bis bald, euer Ram